Mit diesem Tanz wollen wir Ihnen, also nicht nur die vietnamesische Kultur ein bisschen näher bringen, sondern Ihnen gleichzeitig auch einen wunderschönen Tag wünschen und viel Gesundheit, viel Glück im Leben und ein sehr langes Leben. Und ja, also jetzt erstmal Bühne frei für unsere Drachenjungs, der Pagode Damjak aus Ebersberg und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020